Hallo und herzlich willkommen an alle Whiskyfreunde wieder mal bei uns hier in der Whiskyzone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem Artmore 12 Jahre Portwood Finish. Den haben wir euch heute mitgebracht, weil er sich einer außerirdischen Beliebtheit erfreut seit dem Moment, wo wir eigentlich im Shop haben. Genau, wir haben jetzt seit ein, zwei Monaten mit dem Angebot und ja, auf jeden Fall eine sehr geile Nachfrage. Und da haben wir uns auch gedacht, das wird sicherlich ein gutes Produkt sein und wir werden es mal vorstellen. Ja, es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es jetzt ein Artmore ist, der wirklich mit Altersangabe daherkommt. Das war eher selten. Vorher war die Standardrange eher dünn besiedelt. Du hattest einen Traditional Cask, deren Quarter Cask nachgereift wurde. Das ändert so ein bisschen an LaFroix, kommt daher, dass die halt zur selben Firma gehören. Beam, Suntory nun ab 2014 ist Eigentümer von Artmore. Und der Traditional Cask ist dann vom Markt verschwunden und wurde dann durch einen Standard Artmore Legacy ohne Altersangabe ersetzt. Ist ein bisschen mager und deswegen zur Freude nun endlich wieder einen Zwölfjährigen, der auch nochmal ein geiles Finish erhalten hat. Ja, also. Juppie jäh, kann man sagen. Wollen wir mal die Dose öffnen hier. Abgefüllt mit 46%. Nicht kühl gefiltert, aber, sag mal. Aber gefärbt. Ja, ein gegebenerster gefärbt, ja. Wobei mich das eigentlich wundert, weil Portfine Finish, ne? Schöner Rosé-Stich. Ja. Ja. Und das mit dem Farbstoff, also eigentlich schade drum. Ja, da hätten wir jetzt keinen rosa Farbstoff da reingetan. Nee, deswegen, ja. Eigentlich war der, der Rottow muss ja schon da gewesen sein. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich halte es nochmal in die Kamera, wenn wir es im Glas haben. Ähm. Wollen wir sagen, warum die Flasche schon offen ist? Ja, wir haben es versaut beim ersten Mal. Ja. Wir haben es nicht versaut. Wir haben ein super Video gemacht. Ja. Aber ich glaube die Kamera war nicht an. Ohne alles, ohne Versprecher. Und die verfluchte Kamera war nicht an. So, unsere Schuld. Pech, was soll's. Ähm. Nur zum Zweiten. Das Video kann nur schlechter werden. So. Ja. Thema Artmore. Artmore wurde gegründet 1898. Von William Teacher & Sons. Ähm. Teachers ist immer noch ein bekannter Blended History. Ja. Und da ging auch der meiste produzierte Malt quasi hin von Artmore. Und zwar zu T-Shirts als Zugabe zum Blend. Mhm. Ne. Nun aber endlich auch als Single Malt erhält sich und ne. Daher. Ja. Dann probieren wir einfach mal. Ich zeig noch mal kurz die Farbe. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ein schönen rosa Stich. Wir haben es angegeben mit Kupfer. Ja. Ja. Hm. Hm. So. Man kann auch sagen, ähm, Artmore liegt hier, ist ein Highland Whisky. Liegt hier oben. Ja. Und auf der Karte zu sehen. So war es bei deinem breiten Kreuz, wenn ich es jetzt zeige. Ja. Ne, aber ey, also Wahnsinn. Also der Geruch. Worsann erinnert dich das? Ja, was haben wir angegeben? Ja, es erinnert mich wirklich an was? Gut. Wasser. Ja, genau. Ne, weil wir haben angegeben, offiziell heißt es wirklich Erdbeeren etc. Zimt. Genau. Und du hast wirklich eine Erdbeernote hier drinnen. Und du hast letztes Mal, ähm, gesprochen. Also es sind die, die Erdbeeren aus der Dose. Also so diese, ja, der Erdbeersaft. Erdbeersaft. Genau. Bisschen Vanille mit drin, bisschen Zimt. Genau. Und, ähm, ja, nachdem hat man irgendwie so einen Hieper auf, ähm, Erdbeereis. Mit Zimt. Und, ähm, mit Zimt. Das trifft ziemlich gut, ja. Du hast eine Vanillenote, du hast hier ein bisschen Karamell. Du hast diesen, diesen Erdbeerton. Und vielleicht ein bisschen dunkle, reife Orangennoten. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant vom Aroma her. Äh, wo aber Aroma sind, die Rauchgeschichte. Wir haben ja eine Angabe von, äh, 12 ppm. Ja. Ist jetzt nicht allzu doll. Und du merkst es auch nicht im Aroma, finde ich. Nein, schwierig. Also, würde man es nicht wissen, würde man wahrscheinlich... Ich würde es, glaube ich, nicht einordnen können als, äh, leicht, leicht rauchig. Mhm. Okay, na dann. Ne gut, probieren wir mal. Mhm. 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 Du hast im Geschmack ein, ähm, zunächst eine Süße. Genau. Und dann, ja. Der kommt sehr, sehr mild und lieblich daher. Und sobald man, sobald man hier runterschluckt und den Mund öffnet, kommt so eine richtig schöne Würzigkeit her. Pfeffer. Ja. Nicht zu verwechseln mit einer Alkoholschärfe, sondern das ist wirklich eine angenehme Pfeffernote, die halt, ähm, von dieser Würze im Alkohol halt eher daher rührt. Das macht die Sache, das macht die Sache interessant. Also wer, ja, wer das nicht, wir haben nun schon mal probiert, wer das jetzt nicht, mhm, wär's so ein lieblicher, gefährlicher Whisky. Genau. Aber diese Schärfe und gerade auch diese Art Würzigkeit dieser Pfeffernote macht ihn halt wirklich ein Stück weit komplexer. Und dadurch auch sehr, sehr interessant. Genau. Und den Abgang natürlich dadurch auch ein bisschen länger. Also er ist jetzt mindestens mal mittel lang. Genau. Haben wir auch angegeben. Ähm, Rauch ist halt im Geschmack ein bisschen präsenter, finde ich, ja? Ja. Sehr schön eingebunden in die ganzen Geschmacksnoten ist der Rauch auf jeden Fall sehr, sehr dezent. Ja. Ähm, für den Liebhaber, der, ja, der rauchige Whisky ist der deutlich rauchige Whisky, ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt was. Ähm, äh, aber, wie gesagt, so eine kleine Rauchnote tut dem Ganzen ganz gut. Ähnlich, äh, zu vergleichen, sag ich jetzt mal, wie vielleicht mit einem Glendronach Pietet. Also wirklich... Ja, genau. Also ich gehe immer so Richtung, Richtung Springbank. Oh, okay, ja. Na, Springbank so angegeben mit 9 bis, äh, ppm, etc. Ja, so ungefähr, ja. Und das trifft es ungefähr ziemlich genau. Ja. Aber, super. Ausgeglichen, fruchtig, schöner Abgang. Ähm, eins noch, die Eichennote finde ich ein bisschen zu wenig ausgeprägt. Ja. Ist ein bisschen schwach ausfallend. Ähm, denke daher das Finish in, ähm, ähm, in Portwein. War nicht allzu lang. Ich denke auch, ja. Ja. Aber ich denke mal, Ex-Burban überwiegt auf jeden Fall. Und daher, ähm, nicht ganz so stark die, die, die europäische Eiche quasi, ne. Aber gut. Trotzdem sehr gelungen. Ja. Also wer Artmore kennt und mal was komplett Neues und Anderes probieren möchte von Artmore, der ist damit wirklich gut bedient. Preis, Leistung muss ich sagen. Einwandfrei ist eine Flasche, die man auch wirklich mal, die man sich nicht nur leisten kann, auch gerne mal mit Leuten teilt. Sag ich das einfach mal so, weil eigentlich auch unkompliziert. Ja. Unkompliziert, lecker. Und komplex trotzdem. Trotzdem. Komplexer, was zu bieten. Definitiv. Na dann. Mir hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat. Schaut wieder bei uns im Shop vorbei. Besucht unsere Seite und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.